ersten Winterspaziergang sichtlich wohl. Zum Wetter in der Nacht. Gelegentlich Schauer bei Tiefstwerten zwischen 4 Grad in Berlin und 8 Grad in München. Der Samstag teils regnerisch, teils wolkig mit einzelnen sonnigen Abschnitten. Die Höchstwerte erreichen in Hamburg nur 10 Grad, in München aber mindestens 14 Grad oder wärmer. Die gefühlte Temperatur im Norden durchschnittlich sieben, im Süden acht Grad. Der November bleibt vorerst mild und regnerisch. Nachts die Temperaturen um sechs Grad, am Tage klettern sie auf bis zu 13 Grad. Nur Paris liegt zurzeit auf der Sonnenseite, überall sonst in Europa, Regen oder Wolken. Mit sieben Grad ist es in Zürich am kältesten, mit 21 in Athen am wärmsten. RTL 2. Im November holen wir Ihnen die Wolken vom Himmel und die Stars ins Haus. Stars, die ihr Herz erwärmen. Madeleine Stone, Aiden Quinn, Eric Roberts, Michelle Pfeiffer. Männer, die ihn richtig einheizen. Clint Eastwood, Nicky Rook, Nicolas Cage, Götz George. Echte Kerle, die mit dem Feuer spielen. Michael Dudikoff, Wolf Larsen, Stephen Williams, Chuck Norris. Hol dir die Stars im November bei RTL 2. RTL 2. Ich glaub, ich bin im Kien. Party!